Ein Mercedes-Benz Viano steht hier zum Verkauf. Sechs Personen haben in dem grauen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 14.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Navigationssystem, Partikelfilter, Einpackhilfe und vieles mehr. Unter der Haube gibt der Diesel eine Leistung von 163 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 8,1 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017